Robert Franz ist tatsächlich Veganer geworden. Ich war megamäßig überrascht. Ich werde euch das Video von ihm hier unten verlinken natürlich. Und dazu wollte ich ein paar Worte verlieren. Ich war natürlich mega hart überrascht, weil ich das eher nicht gedacht habe. Ich habe schon mal bei ihm gehört in einem Video, dass er gesagt hat, dass er das schlimm findet, dass Tiere ausgebeutet werden, um zum Beispiel aus den Milch zu gewinnen. Oder dass man die halt töten muss, um sie dann zu essen. Das sind ja Tierprodukte, das sind immer, also Fleisch, vor allem sind immer tote Tiere. Das sind verrottende Kadaver. Man hat ein anderes Wort zu erfunden, damit der Mensch das kauft, weil kein Mensch kauft etwas, wenn da auf der Packung steht, verrottener Kadaver. Das kauft niemand. Deswegen hat man einen Euphemismus erfunden und nennt das Fleisch. Also man erfindet einfach ein anderes Wort und die Menschen fallen da drauf rein. Und von daher, da hatte ich das erste Mal so, dachte ich schon mal, stell dir vor, der wird vegan, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist tatsächlich passiert, er ist tatsächlich vegan geworden jetzt. Ich habe das Video geguckt, es wurde mir zugeschickt, sonst hätte ich davon natürlich niemals Wind bekommen. Und das Video von ihm, da erzählt er halt, dass er vegan wird und da zeigt er, was er isst. Ja, da zeigt er so eine tierleidfreie Mahlzeit von ihm. Und ja, das Problem ist dann natürlich das Öl, ja, das, aber da gebe ich null Hoffnung darauf, absolut null Hoffnung, dass er das mit dem Öl versteht, ja, das wird niemals passieren. Von daher, ne, das ist natürlich, ne, da kippt da Öl über alle Sachen drüber, ne, das ist einfach nur der Wahnsinn. Und tut sich damit kein Gefallen, ne, aber das ist, ne, ich kann euch gerne hier meine Öl-Playlist unten verlinken, was ich zu Öl sage, ja, und was alle Plant-Based-Doktoren, also die ganzen Wissenschaftler mit Doktortitel zu Öl sagen, ne, warum die das alle zu 100% meiden, genauso wie ich. Ja, ich bin ja hier der größte Anti-Öl-Promoter auf YouTube und, äh, von daher, die Playlist verlinke ich euch, falls jemand, äh, davon noch nie was gehört hat von dem Problem mit Öl, ja, einfach mal vor die Wand setzen, mal überlegen, was Öl ist, ja, das ist isoliertes, oxidiertes Reinfett, ne, dann mal überlegen, ob das vielleicht wirklich gesund ist oder ob man da gelackmeiert wurde, ja, das ganze Leben lang. Aber auf jeden Fall, äh, ganz kurz zu der Geschichte, äh, Robert Franz war einer der Gründe, warum mein Kanal damals so hart gewachsen ist, ja, wo, na, dass er überhaupt bekannt wurde, mein Kanal. Ich bin damals rumgedümpelt mit irgendwie 10, 20 Aufrufen pro Video, ja, und war völlig unbekannt, bis ich angefangen habe, diese Videos über OPC zu machen und dann, ja, ist mein Kanal megamäßig explodiert und, äh, von daher, ja, kenne ich Robert Franz und ich war auch, äh, auf seiner Seite ganz am Anfang, ja, und dann, ich habe mich als Mensch weiterentwickelt und mein Wissen weiterentwickelt, ja, und dann verstanden, ja, dass, äh, immer gesagt wird, dass es, äh, irgendwelche Mängel sind oder so, ne, die diese Krankheiten auslösen, deswegen empfiehlt er immer diese Nahrungsergänzungsmittel gegen die Krankheiten und so. Also, dazu habe ich zwei große Videos gemacht, wo ich das ausführlichst erklärt habe, hier die zwei Videos, ne, diese zwei, das hier und das hier, werde ich euch unten verlinken, damit ihr das nicht suchen müsst. Da habe ich mir erklärt, wo das Problem damit ist, ne, und dass das natürlich völliger Unsinn ist, ja, was dort erzählt wird von ihm, äh, dass, ne, dass das keine Mängel sind, dass nicht Mängel diese Krankheiten auslösen, diese ganzen Beschwerden, sondern es ist, äh, sind die Tierprodukte natürlich, ne, und, äh, das ist halt, ne, das, da macht man dann ganz genau das Gleiche wie ein Arzt, man gibt den Leuten etwas, das lindert die Symptome und dann denkt man, oh, man ist geheilt oder was auch immer, ne, aber man hat die Ursache nicht rausgenommen, man isst die Ursache immer noch, ja, die die Krankheit ausgelöst hat. Du kannst es zwar unterdrücken mit Nahrungsergänzungsmitteln, aber du hast die Ursache nicht rausgenommen, ne, also, das habe ich in den zwei Videos erklärt, äh, solltet ihr auf jeden Fall gucken, falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt, aber auf jeden Fall ist es so passiert, dass ich mich dann auch von ihm entfernt habe, natürlich, weil ich es dann gesehen habe, ne, da geht es nur wirklich darum, ja, um die Nahrungsergänzungsmittel. Äh, was ich hoffe, sehr, sehr stark hoffe, aber nicht denke, ja, ich hoffe es einfach nur, ist natürlich, dass er in seine Vorträge und so, äh, einbauen wird, warum er sich vegan ernährt und warum sich die anderen Menschen vegan ernähren sollte. Er hat nämlich in seinem Video nur angesprochen, dass er sich vegan ernährt wegen den Tieren, weil er dieses Tierleid nicht haben möchte, ne, ist egal, was für Tierprodukte du isst, du machst immer Tierleid damit, ne, dazu auch, kann ich euch megamäßig empfehlen, meine, äh, Anti-Vegetarier-Videos, ne, Vegetarier verursachen mehr Tierleid als Fleischesser, ne, und von daher, äh, ja, hat er nur das mit dem Tierleid erwähnt und das Problem ist halt, dass er nicht erwähnt hat, dass die Krankheiten durch Tierprodukte kommen, ja, und nicht durch irgendwelche Mängel, sondern die kommen durch die Tierprodukte und meine Hoffnung ist einfach natürlich, dass er anfängt, das zu promoten in seinen Vorträgen, dass er das den Menschen erzählt und nicht, ihr sollt das und das und das nehmen, sondern, äh, die Menschen müssen etwas aus ihrer Ernährung rausnehmen, nicht was hinzufügen, ja, im Sinne von Nahrungsergänzungsmittel, sondern muss was rausnehmen und von daher, das ist natürlich meine große Hoffnung, damit könnte er sehr, sehr viel bewegen in der Welt, damit könnte er unendlich Gutes machen, weil er damit den Planeten retten würde, er würde die Menschen dazu zu Veganern machen und die würden dann aufhören, ja, den Planeten kaputt zu machen, die Tiere, ja, zu vernichten und, ja, würden ihre Gesundheit wieder erlangen, würden die Ursache rausnehmen von ihren Krankheiten und von daher, das wäre so extrem wichtig und das würde ich ihm mega hoch anrechnen, aber ich denke nun mal, das wird er nicht machen, weil er auch in seinem Video nichts von Krankheiten und Ernährung erzählt hat und deswegen, ne, denke ich und auch, äh, vom Geschäftlichen her, wäre das natürlich auch nicht so klug, ja, den Leuten zu erzählen, dass die Krankheiten von, vom Essen kommen, weil dann verkaufst du die Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr, ne, deswegen würden seine Einnahmen da fallen und deswegen wird er das wahrscheinlich nicht machen, ähm, da stellt sich dann halt ultimativ die Frage, was ist dir wichtiger, ja, Geld zu verdienen, persönlich sich zu bereichern oder die Gesundheit des Menschen, ja, also andere Menschen gesund machen, ja, du musst dich für eins entscheiden, von daher, ne, das ist so wichtig, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt, natürlich, ne, wenn ich von ihm Vorträge gesehen würde, wo der wirklich Veganismus promotet und den Leuten sagt, ja, die Krankheiten kommen von den Tierprodukten und auch mal vielleicht Studien einblendet und so, ne, wäre ganz interessant und, äh, ja, das wollte ich nur dazu sagen, Leute, ja, guckt euch sein Video an, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, ich meine, ne, das wird für niemanden nachteilig sein, dass er Veganer geworden ist, das wird nur für alle von Vorteil sein und das ist meine Stellungnahme zu seinem Video, also, ja, Daumen hoch von mir für Robert Franz, hat er sehr gut gemacht, hoffentlich wird er auch Veganer bleiben, äh, ja, dann, ne, wird sich seine Gesundheit noch weiter verbessern und von daher finde ich das absolut top von ihm, dass er das gemacht hat. Das war's schon, Leute, das war mein Video dazu, ihr könnt mich gerne unterstützen und ein veganes Abzeichen kriegen, ja, und zeigen, dass ihr Veganer seid, indem ihr Mitglied werdet, das wäre super nice von euch, das ist der größte Support, den man mir geben kann und man unterstützt den Veganismus, weil ich damit meine Videos produziere, ich mache das ja hauptberuflich, von daher, ja, vielen Dank für alles, Leute, guckt sein Video, ist unten in der Videobeschreibung drin, ja, und alle Videos, die ich erwähnt habe. Peace, guckt's euch an. Peace, guckt's euch an. Peace, guckt's euch an. Vielen Dank.